Eine Betrachtung des Ukraine-Konfliktes aus der Verhandlungssicht. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fouad Frogani. Ich bin als Verhandlungsberater tätig. Heute mit dem Thema Ukraine-Konflikt. Es gab bei einem früheren Video von mir einmal einen Kommentar, die Anfrage, ich soll doch zu dem Ukraine-Konflikt etwas sagen. Das tue ich hiermit gerne. Erst einmal muss ich sagen, es gibt Themen, die sind emotional geladen. Ich kann mich hierbei erinnern an das Thema Trump. Und als Trump Präsident war, war immer die, wenn es darum ging zu analysieren, ob Trump als Verhandler gut oder schlecht war, dann war der Raum immer voll mit Emotionen. Und Ukraine ist auch ein solcher Fall. Und dennoch möchte ich meine Sichtweise aus der Verhandlungssicht erläutern und schaue, dass ich so neutral wie möglich bleibe bei diesem Thema. Aus der Verhandlungssicht ist die Politik ein Tauziehen, eine Verhandlung um die Rangordnung. Das heißt, ein permanenter Kampf um die Machtgewinnung. Und aus der Perspektive ist doch der Ukraine-Konflikt zu sehen. Das heißt, die Frage ist, wie ändern sich die Machtkonstellationen auf diesem Planeten durch den Ukraine-Konflikt. Nur so können wir aus der Verhandlungssicht diesen Konflikt verstehen. Schauen wir uns einmal die Hauptakteure an. Wer ist hierbei gewollt oder ungewollt, betroffen oder involviert von einem solchen Konflikt? Wenn es um Macht geht, haben wir so aktuell die zwei Machtpole auf dem Planeten. Amerika einerseits, China andererseits. Und wir hatten noch bis vor einigen Jahren Russland als ein Gegenpol zu Amerika. Aber wir wissen, dass Russlands Position eine Schwächung erfahren hat. Und diese Schwächung ist durch den Ukraine-Konflikt intensiviert worden. Eine weitere Machtinstanz auf diesem Planeten ist Europa. Und der Hauptwirtschaftsmotor von Europa ist Deutschland. Und zu Deutschland haben die anderen Mächte ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits brauchen die anderen Weltmächte Deutschland als Handelspartner. Und eben als den Hauptwirtschaftsmotor Europas. Andererseits im Kontext von Macht achten die darauf, dass Deutschland eben nicht zu mächtig wird. Und wenn wir nun diese betroffenen Instanzen, Länder, Amerika, Russland, China, Deutschland als Hauptwirtschaftsmotto von Europa betrachten und uns die Frage stellen, wie ist das Machtverhältnis hier geändert worden, dann sehen wir sofort, dieser Konflikt schadet Deutschland und somit Europa und natürlich Russland. Und automatisch sind natürlich die Gewinner Amerika und China. Nicht nur, dass die Machtkonstellation, die sich aktuell ändert bzw. geändert hat, nicht vorteilhaft für uns hier in Deutschland ist, sondern eine weitere Dimension von Macht ist die Bildung von Allianzen. Und Deutschland an sich alleine kann sich schwer gegenüber anderen Machtpole wie Amerika oder China positionieren. Aber in Allianz mit anderen Ländern ist es durchaus denkbar. Und durch den bestehenden Konflikt werden auch solche Allianzen vermieden. Und so ist diese erst einmal aus der Verhandlungssicht, dieser Gesamtkonflikt zu verstehen. Denn jeder Konflikt dient dazu, Interessen zu bedienen. Und auf dem politischen Paket gibt es nur zwei Möglichkeiten, um Interessen, Konflikte zu lösen. Kriege oder Verhandlungen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aktuelle Vorgehen in diesem Zusammenhang ist, nämlich Konfliktlösung. Was aktuell passiert, ist, dass der Konflikt weiterhin eskaliert wird. Denn es bringt ja nichts, wenn ich weiterhin Öl ins Feuer gieße und weitere Waffen dorthin liefere, wo es ohnehin massive kriegerische Handlungen gibt. Dadurch kann ja sich noch mehr Feuer entfachen. Das heißt, eine Deeskalation ist nun nicht in Sicht. Und jetzt müssen wir nochmal zurück zu der Analyse. Wem dient das? Im Kontext der Betrachtung von Machtänderungen und Machtverflechtungen. Zugleich, wenn man Konflikte lösen will, kann man sie natürlich historisch betrachten. Aber es ist für die Konfliktlösung nicht dienlich. Damit will ich sagen, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wer ist hier schuld? Und wer hat angefangen, es nicht gänzlich außer Acht zu lassen? Aber bei der Lösung eines Konfliktes ist es immer sinnvoll zu schauen, wer hat die Verantwortung für die Fortführung der aktuellen Handlungen und Maßnahmen? Und wie kann man da eine Änderung herbeiführen? Nichtsdestotrotz, wenn wir in die Vergangenheit schauen, wie hat dieser Konflikt gestartet? Erst einmal mit einigen geplanten und durchgeführten Manövern von NATO in Ukraine an der russischen Grenze. Das war noch lange bevor der Krieg ausbrach. Und schon damals hat sich Russland dagegen positioniert, denn das Land fühlte sich bedroht. Dann hat man weiterhin über einen Beitritt von Ukraine in der NATO-Gemeinschaft gesprochen. Und darüber hinaus gab es eben den Regierungswechsel, den man so oder so betrachten kann. Die einen sehen das als eine Änderung, die durch das Volk herbeigeführt wurde. Die anderen sagen, nein, da waren die Amerikaner mit involviert. Da kann ich aktuell nicht ins Detail gehen, das würde den Rahmen, welchen uns zeitlich zur Verfügung steht, sprengen. Aber wenn man sich diese Kette von Maßnahmen, Ereignissen anschaut, dann sieht man, Russland fühlte sich bedroht. Und daraufhin haben sie reagiert. Denn wenn NATO-Übungen durchgeführt werden, in dem Zusammenhang war auch die Rede von Positionierung von Raketen, Raketenschildsysteme. Und all das empfand eben Russland als eine Bedrohung. Das ist ja an der Grenze des Landes durchgeführt worden. Und hier kann man eine leichte Analogie ziehen. Es ist ja viele Jahre her, aber da gab es schon mal zwischen Russland und Amerika einen Konflikt, wo Russland Raketen in Kuba positionierte. Die damalige Kuba-Krise. Mit John F. Kennedy auf der einen Seite und Nikita Khrushchev auf der anderen Seite. Und damals hat Amerika massiv dagegen reagiert. Und es ist ja beinahe zu einem Dritten Weltkrieg gekommen. Und am Ende kam man dazu, dass die russische Seite die Raketen aus Kuba zurücknahm. Und dementsprechend dann auch die Amerikaner ihre Raketen aus der Türkei, was man aber öffentlich nicht so dargelegt hat, damit höchstwahrscheinlich der amerikanische Präsident sein Gesicht wahren kann. Und eine ähnliche Konstellation haben wir auch hier. Wenn weiterhin Druck ausgeübt wird und man die Eskalationsstufen nach oben geht, dann erwartet man ja offenbar, dass Russland das Land die Truppen aus der Ukraine zurückzieht. Und das käme für Russland eine Kapitulation gleich. Deshalb ist es kaum denkbar, dass sie das tun. Es ist absolut nicht denkbar, dass Russland das tut. Also ist die Frage, gibt es hier die Möglichkeit, in aller Analogie mit der Kubakrise dafür zu sorgen, dass Russland sich zurückzieht, ohne dass die russischen Kräfte einen Gesichtsverlust erleiden. Und das wäre durchaus denkbar. Aber solange man das nicht tut und weiterhin Druck ausübt und kriegerische Mittel einsetzt, dann wird dieser Konflikt weiterhin auch bestehen bleiben. Und nun müssen wir nochmals aus dieser Mikroebene, auf die Makroebene gehen. Konflikt bleibt weiterhin bestehen. Wer sind die Nutznießer? Und wer hat das Nachsehen bei diesem Konflikt? Also warum gibt es diesen Konflikt überhaupt? Welche Länder und Instanzen haben Vorteile dadurch und welche haben Nachteile? Und das habe ich am Anfang geläutert. Das heißt, wir haben all diese Länder auf dem Planeten, die ihre Interessen haben. Und entweder setzen sie diese mit verhandlungsorientierten Mitteln durch oder mit kriegerischen Handlungen. Denn aktuell hat man sich dort in diesem Bereich für Krieg entschieden. Das ist eine Entscheidung. Diese Handlung wird fortgeführt und das ist schädlich eben für die Länder, die ich vorhin genannt habe und vorteilhaft für einige andere. Und meine Erfahrung mit Menschen, mit dem normalen Menschen, der da draußen lebt, ist, dass kein Mensch eigentlich den Krieg begrüßt. Es sei denn, die Menschen werden emotionalisiert und irregeführt. Aber ansonsten ist niemand per se für den Krieg. Die Regierungen sehen das aber anders. Planen eben gewisse Schritte, führen diese durch, brauchen natürlich auch die Zustimmung des Volkes. Und dafür wird eben das Volk mit gewissen Informationen konfrontiert, beschallt. Und würde man alle Informationen zur Verfügung stellen, dann könnte auch das Volk sehr einfach analytisch sich alles anschauen und Ja oder Nein sagen. Aber immer dort, wo Emotionen im Raum sind, dann muss man sich die Frage stellen, warum und wer sorgt dafür, mit welchen Informationen das Emotionen entstehen. Denn wenn auch politische Instanzen etwas planen und durchführen wollen, wenn die gesamte Masse sich dagegen stellt, dann wird es sehr schwierig für die, so etwas umzusetzen. Also Sie sehen, wir haben aus der Verhandlungssicht die betroffenen Länder und wir haben eben auch die Masse, die Bevölkerung in all den Ländern, die eben direkt oder indirekt betroffen sind. Und all diese Instanzen führen miteinander und untereinander Verhandlungen. Denn ob sie es wollen oder nicht. Und eines kann man sagen, die verhandlungsorientierten Mittel und die kommunikativen Mittel sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Und bei dem aktuellen Vorgehen, was diesen Konflikt betrifft, kann man sich wirklich die Frage sehr berechtigterweise stellen, und ob man überhaupt vorhat, hier zu verhandeln oder ob man bewusst hier mehr Öl ins Feuer gießt, um diesen Konflikt eben weiterhin aufrechtzuerhalten und zu eskalieren. Wir können nur hoffen, dass gut gesinnte Kräfte hier die Oberhand gewinnen, damit verhandlungsorientierte Mittel eingesetzt werden, um endlich für diesen Konflikt eine passende Lösung und ein Ende zu finden. In diesem Sinne, bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.